Ich bin Katja Kasewitschweiß.0 Geh weg mit deinem Geld! Das ist dreckig! Oh, was? Als ob der mich noch gesnipet hat. Hilf mir! Zu Depressionen! Oh, geil! Hallihallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es wieder eine Fortnite-Challenge. Ich werde heute mit dem lieben Lars versuchen, eine Fortnite-Challenge zu erfüllen. Schaut bitte bei ihm vorbei. Und wenn ihr schon mal dort seid, dann lasst ihn doch ein freundliches Abo da. Link ist in der Infobox. Die Challenge heißt nur ungewöhnliche Waffen. Wir dürfen in der Challenge nur grüne Waffen verwenden. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Hallo Leute! Okay, äh, ich, wo wollen wir landen? Was meinst du, wo gibt es denn viele grüne Waffen? Absolut Lake, oder? Ich glaube Spawn-Insel. Warte, wo sollen wir jetzt hingehen? Ich gehe zu Loot Lake, ne? Weißt du, ja, okay, also du gehst zu Loot Lake. Insta, der Würfel bewegt sich ja ständig. Ja, der riss es weg. Der hat dir diesen Würfel, der hat den Würfel, der hat gespawnt. Der bewegt sich immer, ne? Das ist voll cool. Jede Stunde oder irgendwas. Nicht jede Stunde, jedes einzelne Match. Ich bin rausgespawnt. Wir gehen jetzt Loot Lake. Hast du schon mal einen YouTuber getötet, zum Beispiel sowas wie Ninja, Standardskill? Keine Ahnung. Oder so? Keine Ahnung, ich guck da nicht drauf. Einmal hast du ja, äh, in einem Video gesagt, du hättest Ninja getötet, ne? Das war aber nicht der Echte. Da hab ich einer gesehen. Oh, ich hab grüne Waffe. Ja, ich nicht. Ich hab gerade ne, äh, lila ne Zwillingspistole genommen. Eigentlich muss ich disqualifiziert werden. Nein, schlau. Nein, eigentlich musst du die, ähm, eigentlich liegen lassen. Eigentlich. Ja, ich hab's ja ausgesprochen, ja. Das ist nicht eigentlich schlecht. Aber Schilder, Schilder sind eigentlich egal. Okay, gut. Ich hab ne Drum dann. Ja, genau. Bin ich so schlecht damit. Gibt's nicht auch wieder. Das Musikvideo ist, ist voll komisch, ne? Und voll dumm. Ich hab kein Material mehr. Hilfe! Ich ertrinke! Oh mein Gott, hab ich mich gerade erschrocken. Machst du das? Ja, ich bin ausgesprochen, dass das da zurückkommt. Ich bin halt der Pro. Ich bin Katja Kasowitschweiß Punkt Null. Geh weg mit deinem Geld. Hilfe! Das ist dreckig! Ah! Hilfe, schnell weg hier! Weißt du schon, dass er vielleicht aus Pläsenpark, irgendwo in der Nähe, wegen diesen Zeitportalen, vielleicht da ein Schloss kommen wird bald? Und dann? Also sehr viele Sachen wird verschwinden. Nein! Lass mich in Ruhe! Hast du mich erschreckt? Hast du mich erschreckt? Warst du schon in der Schatzkarte von Dazi? Ja, da war ich schon. Diesen Stern meinst du, ne? Ja. Warum liegen hier so viele blaue Sachen? Das ist voll gemein! Guck mal, hier, hier. Schneckenmunition hab ich. Nimm sie ja noch mit. Und danach gibt's sie nicht. Du hast mich gefragt. Du willst, du nimmst das auch. Wenn du mich was fragst. Hallo, das ist ja unverschämt. Fortnite-Regeln. Warum gibt's noch die Lenkrakete? Äh, weiß ich nicht. Was? Ist da eine drinne? Ja. Berliner, ne? Oh Mann, das ist so ungemein, ne? Ja. Oh, oh. Ich hab nur eine Waffe, ne? Ja, ich auch. Ich hab nur ein Jagdgewehr. Also lass mich in Ruhe. Ey, ich hab auf einem Video drei Likes, ne? Drei Likes gleich drei, ne? Drei gegen... Drei gleich drei Ecken. Drei Ecken gleich ein Dreieck. Und ich habe ein Auge. Also ich meine zwei Augen. Ich hab zwei Augen. Drei Ecken. Drei Ecken. Drei Ecken plus Auge. Illuminati confirmed. Mein Kanal ist Illuminati confirmed, oder? Alles klar. Hundert Prozent. Ich weiß nicht, was mit dir falsch ist. Aber... Auch egal. Nein, du bist nicht falsch. Du bist voll korrekt. Nein, jetzt hast du eine Schnauze! Hier ist ein... Zwei Kisten! Och Mann, da ist doch eine blaue Waffe. Willst du mich verarschen? Ja, ist so. Das ist voll gemein. Warum haben wir die blaue Challenge schon? Das ist ja echt... Das war alles deine Idee. Du wusstest schon, dass dieser... Diese Statue, diese Moais... Der hat ja hier diesen Schnurrbart, ne? Ja, das ist... Den kann man auch abbauen. Was? Ja. Wusste ich doch nicht. Wieso sagt man mir sowas nicht? Das ist voll gemein. Also ich hab's herausgefunden. Ich kann fliegen. Ich kann fliegen. Ich kann fliegen. Genau von dich, dann kannst du fliegen. Ich höre jemanden mit Auto. Ja, okay, gehst da weg mit dem Fahrrad. Ich bin nach Schluss. Was? Die machen ihr Team? Das sind zwei Autos. Hey, guck mal, siehst du? Ich hab den Bart abgebaut. Hey, lass uns auch mit dem betreuen. Ah, Hilfe! 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 Die Zonne! Schnell in ihrem Rift! Wollen wir zu den oder einfach Highquare verschaffen? Zu der Wüste. Nicht zur Wüste. Halt Stopp! Halt Stopp! Jetzt rede ich! Jetzt rede ich! Ach so, soll ich dir mal was sagen? Wir müssen mit diesen Scheiß Waffen auszuprobieren. Also wir müssen es schaffen, mit denen einen epischen Sieg zu brutteln. Vorsichtig hinter mir! Oder bei mir! Oder... Ach, leck mich. Am Arsch! Ey, wie laut ist das? Warte, hieß ja niemand. Wo sind die alle? Die sind voll eklig hier aus. Was ist das für ein Lag, Alter? Wirklich? Hä Mann! Oh, das sind nur scheiße Waffen. Jeder tötet mich. Da ist Kitty 1K. Hallo, ich kämpfe nur mit einem Jagdgewehr. Was ist das für eine unfaire Sache? Ja. Hätte ich einen Revolver oder so. Dann hätte es ja vielleicht geklappt. Nur ein Jagdgewehr, ne? Ich hab doch mal so eine Frage, ne? Warum hast du uns nach Loot Lake geführt? Alter, ich rasch da aus, Alter! Ich rasch komplett aus! Zweiter Versuch. Du darfst nicht verkacken. Was ist los bei dir? Eskalationen! Drei Minuten später. Drei Jahre später. Film, Film, Film! Geil. Ich weiß, es ist nur bei mir, 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 nur bei mir. Grüne Waffe. Oh, ich hab keine grüne Waffe. Was ist das? Darf man eine Notfallswaffe mitgehen? Der Schieb! Nein, darf man nicht. Ich kann das nicht kaputt machen. Was ist das für eine Scheiße? Hast du eine neue Waffe für mich? Eine. Bruh! Lass mal Film gucken. Film gucken. Nice! Na, ist klar. Ich kann das auch. Guck mal hier. Das ist das Beste hier. Scheiße, hier wird geschossen. Pass mal auf, da sind die Gegner. Ich hab keine Waffe. Die Musik ist so geil, ne? Ist so. Oh, endlich. Ich hab ne graue Waffe. Bei mir ist jemand. Ich seh jemand. Ich geh zerrecken. Zwei. Was? Ich werd sterben. Ich sterbe. Nein. Das sind zwei. Ich bin da. Hier, ich hab Minisuits. Oh mein Gott, wie viele sind das, Alter? Hallo? Vielleicht mal ein bisschen kämpfen wäre auch, ne? Die verrecken! Ich hab Hempelgranate! Ja, hilf mir doch! Alter, was war denn jetzt los? Nein! Oh Mann! Oh Mann! Ja, die ist super. Sehr. 2.000 Jahre später. Ja! Gleichzeitig tanzen! Lass mal Zhang Zhang. Okay. Ist eigentlich ein guter Ort. Zhang Zhang. Zhang Zhang. Wie so ein chinesischer Ort. Zhang Zhang Zhang. Zhang Zhang Zhang. Zhang Zhang Zhang. Geh zu diesem Lama. Wo? Du hast mich verlassen. Mit Recht. Ich geh auch zum Lama. Nein, geh weg von mir. Lama. Oh, grüne Waffe! Mann! Willst du die haben? Ja. Gesundheit. Gesundheit. Gib mir! Okay, so gut runter. Mach jetzt! Kannst du mir Muni geben? Ich hab aber keine Waffe. Oh, siehst du den Blitz da oben? Im Junk. Ich hab keine Materialien. I believe I can fly! I believe I can fly! Ich würde mich freuen auf meine Arme. Oh, guck mal. Hier liegt was grünes. Hier liegt was grünes. Komm mal. Komm mal. Hier liegt was grünes. Hier liegt was grünes. Ja, warte. Ich nehm. Ich höre ne Kiste. Das Appel in ne Kiste. Oder doch nicht. Ja, wo denn? Ja, wo denn? Zeig ich dir. Komm mit. Da! Auf einmal sterb ich. Da! Hahaha. Wie würde ich ankommen? Dieser Skin einfach. Oh. So Depressionen. Ne, tschüss. Hier ist ein Raketenwerfer. Grünes. Ein blauer. Ich stimm mal vor. Ein grüner Raketenwerfer. Aber ich hab zwei grüne Sachen. Oh, da ist ein Jagdgewerf. Ein grünes. Da ist ein Spieler. Der kommt glaube ich zu uns. Ja, vom Rift. Jagdgewerbe nicht so voll schlecht. Ja, dann gib mir das. Ab. Ich hab Angst. Warum? Ey, kennst du das, wenn du zuerst den Big Schildi fängst? Und dann mindestens. Und dann findest du kleine Schildi. Naja, das kenn ich. Ich hasse es, aber danach find ich ganz schnell den Bibi. Nein! Weißt du, was ich grad gefunden habe? Was? Komm zu mir. Eine, eine grüne Waffe. Auf einmal. Mein Auto! Nein! Mein Auto! Mein Auto. Das ist nicht meins. Da war glaube ich ein Spieler. So. Oder hat der überhaupt da gebaut? Oder war das nur meine Einbildung? Nein. Ist doch nicht keiner. Okay, komm. Jetzt lassen wir mal in die Zone. Du hast die beste Wacht von uns. Was will ich sagen? Du gehst voran. Komm schneller. Ja. Ich kann schneller. Komm jetzt her. Weißt du, was ich voll wie witzig finde? Also so im echten Leben ist das ja so, wenn man irgendwie berg hoch läuft, ist man langsamer, als wenn man berg runter läuft, ne? Ja. Ist das ein Fortnite-Aussuch? Ich weiß nicht. Ich glaub nicht, ne? Ey, grüne Waffen-Challenge nur eine Waffe. Ja, das ist so immer so komisch. Ich hab zum Beispiel drei grüne Sachen. Einmal medkit und vier Minus. Grüne Waffen-Challenge. Da liegt noch was grünes. Das ist ne Pumpgun. Wo im Westen. Da ist ein Nose-Skin mit einem anderen. Guck mal, wir gehen ganz geschlichen hin. Da siehst du die. Hab einen. Oh, geil. Ich hab den. Oha. Ska. Dürfen wir nicht mitnehmen? Oh mein Gott. Jetzt schnell zu der Zone. Ist so. 56 Sekunden bis zur Zone. Doch, das schaffen wir. Dahinten sind welche. Doch, da ist noch eins. Wir sind gerettet. Und jetzt kommt die Zone und wir werden alle sterben. Lalalala. Warte. Gegner. Komm jetzt. Nee, der runter. Boah, ich hab grad gehangt. Vielleicht kriegen wir auch ein Auto. Kannst du gut fahren mit dem Auto? Ja, fahren wir. Ich hab mal den schlechtes Loop in Fortnite gesehen. Ich hab mit dem Gedur gespielt, ne? In so zufälligen Kurs, ne? Und dann schießt er mich die ganze Zeit in der Runde, wo ich mir bei ihm lande, die ganze Zeit mich ab. Denkt, ich wäre ein Gegner. Sein Gegner. Ich hab ein Auto gefüllt. Jetzt geht's ab! Huh! Da wird gefeitet, ne? Oh. Okay. Achso. So. Oh oh. Bye. Have a good time. Nein. Wir wollten uns nur einmal folgen. So geht das nicht. Der hat uns abgeschlossen. Oh. Jetzt hat der mich noch gesnipet hat. Hilf mir. Hilf mir. Warum mich zu? Warum mich zu schnell? Ich hab nichts mehr. Ich hab nichts mehr zum Bauern. Ich hab nichts mehr zum Bauern. Alter. Ich hab nichts mehr zum Bauern. Warum gehst du denn jetzt in den Krieg? Oh mein Gott. Das ist der letzte Versuch. Oh, da hab ich den Kopfschmerzen. Auto, rette mich. Auto. 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 Ja, toll. Oh Mann. Ja, neuen Damage, ne? Siebter Platz. Das hätten wir schaffen können, aber egal. Ja. So, wir sind jetzt am Ende des Videos angelangt. Und? Julio Gamer, willst du noch irgendwie etwas sagen? Okay, dann sag ich jetzt mal tschüss an den Zuschauern, ne? Ja. Tschüss. Checkt meinen Kanal ab. Und ja, einen schönen Tag noch. Das war's mal wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da. Wenn ihr neu seid auf diesem Kanal, lasst mir ein Abo da und aktiviert die Glocke. Wenn es euren Freunden, Familienmitgliedern, irgendeinem Mensch auf dieser Welt gefallen würde, teilt das mit dem. Bis zum nächsten Teil am Freitag. Ciao. 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 Ciao.